Herzlich Willkommen in Hinwiel im schönen Zürcher Oberland. Hier finden Sie den Hivimert, ein Einkaufszentrum für den täglichen Bedarf. In diesem befindet sich die Drogerie Flückiger. Wir sind seit 20 Jahren ein kompetentes Fachgeschäft für Fragen rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden. Auf über 170 Quadratmetern laden wir Sie zum gemütlichen Shoppen ein. Unsere grösste Stärke befindet sich im Naturheilmittelsegment mit ganzheitlicher Beratung. Seit kurzem haben wir auch eine Naturathek integriert. Dort bieten wir diverse Diagnosemethoden an wie Haaranalyse, Irisdiagnostik, Zungenanalyse, Pulsdiagnostik, Blutdruck- und Körperfettmessung, Körper- und Antlitzdiagnostik und vieles mehr. Alles für eine komplementärmedizinische Beratung. Dazu stellen wir in unserem Natur-T-Klabor diverse Naturheilmittel unter strengsten hygienischen Bedingungen her, wie Pulvermischungen, Salben, Bäder, Tees, Kapseln, Roll-On, Spagyrische Mischungen und vieles mehr. Ergänzend zu einem grossen Heilmittelsortiment ist auch der Schönheitsbereich gut abgedeckt mit den Marken Klinik, Biotherm, Louis-Wittmer. Und in der Kosmetik- und Parfümerieabteilung bieten wir Ihnen auch eine individuelle Beratung an, wie zum Beispiel ein persönlicher, typgerechter Schminkkurs. Wir hoffen, wir haben Ihr Interesse geweckt und können Sie bei uns persönlich begrissen, um Sie kompetent und ganzheitlich zu beraten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017